Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, dein Podcast für ein ganzheitlich erfolgreiches und vor allen Dingen auch gesundes Leben. Ich freue mich, dass ich heute mit dir über mein Herzensthema sprechen kann, nämlich um ganzheitlichen Erfolg. Du hast vielleicht auch schon mitbekommen, dass für mich persönlicher Erfolg nicht nur etwas damit zu tun hat, dass du beruflich erfolgreich bist, sondern dass du vor allen Dingen einen gesunden, fitten und vitalen Körper hast. Und ich probiere immer bei meinen Coachings, in meinen Vorträgen und Seminaren Menschen dafür zu begeistern, dass sie nicht einheitlich auf eine Sache schauen, sondern immer ganzheitlich. Und ganzheitlich bedeutet für mich das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und Stresskompensation. Sich nicht nur anzuschauen, sondern dort eben auch Tools in den Alltag zu integrieren, die der Garant dafür sind, dass du langfristig gesehen eben auch wirklich erfolgreich sein kannst. Ich arbeite seit über 20 Jahren als Gesundheitscoach. Ich höre sehr, sehr häufig, dass Menschen mich fragen, Kerstin, was ist denn nun der Wichtigste von all diesen vier Punkten? Also was kannst du, Kerstin, aus deiner Erfahrung heraus sagen, welche Prioritäten sollte man setzen und warum ist es eigentlich auch so wichtig, auf alle vier Bausteine wirklich zu achten? Dazu möchte ich dir Folgendes erzählen. Ich habe ja zu Beginn Ernährung und Bewegung studiert und habe erst viel später die Ausbildung gemacht im mentalen Bereich. Und ich musste relativ früh feststellen, dass das Thema Ernährung und Bewegung zwar unfassbar wichtig ist, aber dass es nicht ausreicht. Es reicht nicht aus. Denn es gibt etwas in deinem Körper, was für dich so eine Art Backup-System ist. Ja, wie so eine Art Lebensversicherung. Und dieses Backup-System ist dein Immunsystem. Und 97 Prozent all der ganzen Abläufe in deinem Körper werden von einem System gesteuert, das sich vegetatives Nervensystem nennt. Und dieses vegetative Nervensystem, dem ich übrigens auch nochmal einen eigenen Podcast widme, weil es so wichtig ist, das wiederum steuert auch dein Immunsystem. Und das Faszinierende ist, dass jedes Mal, wenn du im Stress bist, also das heißt, wenn du angespannt bist, wenn du dir zu viel Druck machst, wenn du aber auch toxische Nahrungsmittel zu dir nimmst, wenn du dich nicht bewegst, weil dein Stoffwechsel wirklich in den Keller gerauscht ist und so weiter, dann wird der Teil von deinem vegetativen Nervensystem nach oben geschraubt, der für Stress zuständig ist. Der nennt sich Sympathikus. Und das Faszinierende ist, je häufiger du in diesem Stressmodus bist. Und wie gesagt, dazu gehört auch eine toxische Ernährung. Dazu gehört eine Ernährung, die dir mehr Kraft aus deinen Zellen rauszieht, als dass sie dir wirklich Kraft spendet. Wenn du permanent im Stress bist und zu viel Druck hast, dann wird deine Immunabwehr von diesem vegetativen Nervensystem nach unten reguliert oder vollständig abgeschaltet. Das hängt also alles mit allem zusammen. Und jetzt stell dir vor, du fährst die ganze Zeit unangeschnallt auf der Autobahn mit 250 Sachen. Stell dir vor, du hast einfach dieses Backup nicht. Das wäre doch einfach völlig fahrlässig. Und so ist es im Grunde genommen mit meiner Arbeit auch. Ich probiere, all meinen Leuten zu vermitteln, wie wichtig das ist, über diese vier Bausteine zu gehen. Und zwar aus folgendem Grund. Und da möchte ich dir gerne wieder ein Beispiel geben. Stell dir mal vor, du wolltest dein Geld anlegen und du sagst dir, okay, ich setze nur auf ein einziges Pferd. Also sagen wir mal, du wolltest einfach irgendeine Geldanlage benutzen oder für dich nutzen und dafür kriegst du ein paar Prozent Zinsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mit dieser Geldanlage wirklich etwas tun kannst für deinen Vermögensaufbau oder deiner Altersversicherung ist relativ gering. Wenn du dich aber mit Menschen unterhältst, die sich in dem Bereich gut auskennen, dann sagen die dir immer eins, fang an zu streuen. Setze auf verschiedene Pferde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du pleite gehst, relativ gering. Und so ist das im Grunde genommen mit deiner Gesundheit, mit deiner Vitalität, mit deiner Lebenskraft auch. Fängst du an, das Thema Ernährung so in deinen Alltag zu integrieren, dass du langfristig gesehen die Ernährung nutzen kannst. Und klar, die soll dir schmecken, die soll dir gut tun, die soll dich von innen aufbauen. Aber dass sie dir mehr Energie spendet, und damit meine ich übrigens nicht Kalorien zählen, sondern dass sie dir mehr Kraft, mehr Lebenskraft, mehr Energie gibt, anstatt sie dir etwas, ich sag jetzt mal, rauszieht. Denn viele Leute ernähren sich mit nur Nahrungsmitteln und keinem Lebensmittel, da ist kein Leben mehr drin. Wenn du also darauf achtest, dann wirst du wie auf einem Bankkonto einfach im Plus sein, im Haben sein. Ein zweiter Punkt natürlich, der dir die Möglichkeit gibt, wirklich vital zu bleiben, in die Kraft zu kommen, gesund zu denken, ist natürlich auch das Thema der Bewegung. Jedes Mal, wenn du anfängst, dich zu bewegen, und ich sag gesund bewegen, gesund bewegen heißt für mich, dass du eine, ich sag jetzt mal, gute Herzfrequenz aufbaust, die im Grundlagenbereich ist. Also so, dass du bequem atmen kannst, dass du es kontrollierst mit einer Pulsuhr, aber auch dem widme ich auf jeden Fall noch ein Podcast. Dann wird dein Körper wie bei einem Haus vom Fundament in der Tiefe ganz gezielt aufgebaut. Bewegung baut deine Stresshormone ab. Bewegung sorgt dafür, dass dieses vegetative Nervensystem ins Gleichgewicht kommt, denn da gibt es einen anderen Part noch, neben dem Sympathikus, der nennt sich Parasympathikus, der ist nämlich für die Ruhe zuständig. Und bei gesunder Grundlagenbewegung baust du diesen Bereich ganz großartig auf. Das heißt, Bewegung sorgt dafür, dass dein vegetatives Nervensystem in ein Gleichgewicht kommt. Das ist natürlich auch ein Pfeiler, ein Fundament, was dir langfristig gesehen Lebenskraft gibt. Und der dritte Punkt sind deine Gedanken. Ich musste das sehr, sehr früh feststellen, dass ich, als ich gezwungenermaßen vom Universum zu Krebspatienten geschickt worden bin, ja, und ich zum ersten Mal, was ich früher nie vorhatte, mich mit dem Thema Krebs auseinandersetzen musste, das ist übrigens jetzt auch schon 17, 18 Jahre her, habe ich festgestellt, dass die Menschen, obwohl sie gesund ausgesehen haben, auch schlank waren, Sport gemacht haben, sich auch gut ernährt haben, warum haben die Krebs bekommen? Und ich durfte dann feststellen, dass deine Gedanken, und es gibt ja Leute, die sagen, du hast 70.000 Gedanken ungefähr pro Tag, keine Ahnung, wer das jemals gemessen hat, aber gehen wir mal davon aus, dass es so ist. Wenn diese Gedanken jeden Tag negativ sind, und du eher das Glas halb leer siehst als halb voll, dann ist das in der Tat so, dass dein vegetatives Nervensystem hier wieder im Stress ist. Und das kann man im Übrigen auch nachweisen. Denn diese Gedanken sind nichts anderes als elektromagnetische Signale, die du aussendest, die die Quantenphysik im Übrigen auch messen kann. Und diese Gedanken wirken sich nicht nur auf dein Umfeld aus, sondern auf deine Biochemie, also auf Neurotransmitter, auf Hormone, auf Enzyme in deinem Körper. Und diese Gedanken, die du jeden Tag denkst, beeinflussen dich vegetativ in einem wirklich hohen Maße. Und die meisten Krebspatienten, mit denen ich gearbeitet habe, die haben von ihrem Mindset, von ihren Gedanken her etwas, ich sag jetzt mal praktiziert, was absolut in den destruktiven Bereich hineingeht. Also da gab es etwas in dem Leben dieser Menschen, was sie in eine Spirale immer weiter nach unten gezogen hat. Und ich durfte dann, wie gesagt, gerade mit diesen Erfahrungen relativ schnell feststellen, dass Ernährung und Bewegung super wichtig ist, aber es einfach nicht ausreicht. Ja, und der letzte und von meinem Empfinden her wichtigste Punkt ist das Thema von Stresskompensation. Denn das, was ich zu Beginn schon gesagt habe, mich fragen dann die Leute in meinen Vorträgen, was von diesen vier Punkten ist denn wirklich das Wichtigste? Und es ist in der Tat, wie häufig bist du im Stress? Wie viel Druck machst du dir? Wie häufig bist du in diesem Modus, wo du spürst, dass die Spirale sich immer weiter zusammenzieht? Und es gibt keinen objektiven Stress. Es gibt einen subjektiven Stress. Und das Faszinierende ist, wenn zehn Menschen die gleiche Situation erleben, bewerten alle zehn Menschen diese Situation unterschiedlich. Vielleicht kennst du das, vielleicht warst du ja schon auf Vorträgen und Seminaren von mir. Einer meiner Leitsprüche ist immer, die Welt ist das, was du von ihr denkst. Du hast immer recht, immer. Alles, was du in deiner Welt bewertest, da hast du immer recht. Und die Frage ist einfach, wie sehr bist du im Stress, wenn du bewertest? Und was beeinflusst dich im Außen so stark, dass dein Körper sich vom vegetativen Nervensystem her in eine Richtung entwickelt, die in deinem Körper zwangsläufig für Stress sorgt? Dazu gehören Menschen. Dazu gehören aber auch Fernsehsendungen, die du dir anschaust. Dazu gehören die Nachrichten. Also, mit was beschäftigst du dich? Aber, und das ist auch ganz wichtig, auch Nahrung, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sorgt dafür, dass deine Zelle im Stress ist. Und wenn du dich nicht ausreichend genug bewegst, dann bauen sich in deinem Körper, ich sage jetzt mal Schlacke auf, die, oder ich sage mal Toxine, die dein Körper nicht richtig abarbeiten kann. Alles das sorgt in deinem Innersten für Stress. Also, um die Frage zu beantworten, was von diesen vier Bausteinen ist denn eigentlich der wichtigste, kann ich dir sagen, es ist das, was dich in deinem tiefsten Innersten wirklich stresst. Ich sorge natürlich dafür, dass du ganz viele Tipps und Tools bekommst, wie du auch unterbewusste Programmierungen, die dir eigentlich Stress machen, also wie du quasi die Welt wahrnimmst, wie du sie empfindest, dass du ein Werkzeug von mir in die Hand bekommst, wie du diese unterbewussten Programmierungen wirklich auflösen kannst, sodass du weniger Stress bekommst. Ich möchte dir aber jetzt natürlich auch einen Tipp mit auf den Weg geben. Das ist übrigens auch der Tipp, den ich in allen meinen Seminaren und Vorträgen weitergebe. Probiere mal ein bisschen den Observer zu spielen. Observer heißt, dass du den kleinen Helikopter mal in dir wie so eine Drohne aufbaust und quasi beobachtest. Observing heißt beobachten, dass du einfach mal schaust, was ist denn in meinem Leben, was in eine komplett andere Richtung läuft, was mir wirklich Stress macht. Überprüfe doch mal das Thema der Nahrung und schau mal, hm, wie viel Nahrungsmittel nimmst du zu dir und wie viel Lebensmittel? Also lebt das noch oder ist das komplett tot? Wie oft kommst du denn nachts eigentlich noch in die Regeneration? Das heißt, wie viel schläfst du denn eigentlich? Welche Menschen in deinem Leben sorgen dafür, dass du weniger Energie hast nach so einem Gespräch, nach einem Abend? Wer ist das und wem darfst du in Zukunft weniger Aufmerksamkeit schenken und wem mehr? Wie oft redest du schlecht über dich selbst? Schau einfach mal hin, fang mal an, dich wie so ein kleiner Helikopter von außen zu betrachten, wie so eine kleine Drohne und ohne zu bewerten, überlege dir einfach mal, was raubt dir hier mehr Energie und was spendet dir Energie? Schau dir mal dein Bewegungsverhalten an. Bist du jemand, der den ganzen Tag sitzt oder darfst du deinen wunderschönen Körper nach draußen an die frische Luft bewegen, weil du es trainiert hast, Bewegung in deinen Alltag zu integrieren? Schau einfach mal an, wie du denkst. Denkst du eigentlich eher, das Glas ist halb voll oder ist das Glas halb leer? Also überprüfe auch da mal deine Gedanken und probiere einfach mal, so ein bisschen zu reflektieren. Und dann, ganz zum Schluss, gehst du noch mal im Gesamtpaket über alles rüber oder schaust dir das alles noch mal an und fragst dich, okay, was in meinem Körper sorgt in der Tiefe dafür, dass meine Immunabwehr permanent abgeschaltet oder nach unten reguliert wird? Und ganz zum Schluss möchte ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen und zwar von Oma Elli. Ja, das ist meine Oma, Oma Elli. Hört sich auch irgendwie süß an, wie ich finde. Wobei es nicht ganz richtig ist, was ich sage, denn es ist die Oma gewesen von meinem Mann. Oma Elli war der gutmütigste und wahrscheinlich herzlichste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Egal, welche Unstimmigkeiten es irgendwo in der Familie gab oder wer böse über den anderen gesprochen hat oder wie auch immer. Oma Elli hatte für alle das Herz kilometerweit offen. Das Faszinierende war aber, dass Oma Elli sich katastrophal ernährt hat und sie hatte auch ordentlich viel Übergewicht. Und wenn es bei Familienveranstaltungen so war, dass ich neben Oma Elli gesessen habe, dann hat sie mich oft angeguckt mit ihren, ja, wasserblauen Augen und sagte zu mir, ach Kerstin, ich hätte doch ab und zu mal auf dich hören müssen, aber das Stück Kuchen schmeckt doch so lecker und sie kann ja so schwer darauf verzichten. Ich musste dann immer ein bisschen schmunzeln, denn Oma Elli ist sehr alt geworden. Sie ist fast 90 Jahre alt geworden. Und das Faszinierende war, sie hat ihr Herz so unendlich weit offen. Sie war, was ihre Herzlichkeit betrifft, in so einem unfassbar energetisch, in meinen Worten, ausgeglichenen Zustand, dass sie ganz, ganz, ganz lange den Bewegungsmangel und die schlechte Nahrung gut ausgleichen konnte. Das erzähle ich dir nicht, weil ich dich motivieren möchte, dass du anfängst, dich schlecht zu ernähren, dich nicht zu bewegen, sondern ich will dir sagen, wenn dein Herz offen ist und du dein Leben in einem positiven Gleichgewicht aufbaust, du spürst, dass das Leben für dich da ist. Denn meine Message, die ich auch immer probiere, jedem zu vermitteln, das Leben darf schön sein. Wenn das dein Lebensmotto ist, dann wird deine Immunabwehr in den seltensten Fällen komplett nach unten reguliert. Dann wird die natürlich extrem stark für dich arbeiten und du wirst ein wunderbares Leben aufbauen. Aber jetzt kommt das Aber. Wer kann das denn heutzutage? Du und ich, du wohnst wahrscheinlich nicht in Kanada in der Blockhütte, bist jeden Tag in der Natur und hast keinen Stress, denn all die Informationen da draußen, all diese negativen Impulse, all die Menschen, alle elektromagnetischen Frequenzen, die auf uns einprasseln und, 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 die sind im wahrsten Sinne des Wortes eine Belastung für den Körper. Und wie ich das vorhin erzählte, aber zu Beginn dieses Podcasts, wenn du deine Gesundheit, deine Vitalität, dein Sein auf vier Bausteinen aufbaust und du fängst an, deine Ernährung so umzustellen, dass sie dir wirklich Kraft gibt, du bewegst dich ausreichend, du fängst an, auf deine Gedanken zu achten, du praktizierst ein gesundes, großartiges Mentaltraining und du sorgst dafür, dass du mehr in Balance kommst, weil du nicht so viel Stress hast. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gesund, alt, vital, schlank und ja, natürlich auch glücklich bis ins hohe Alter dein Leben genießen kannst, viel, viel, viel größer, als wenn du es wirklich nur auf einem Baustein aufbaust. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Podcast so einen kleinen Impuls geben, dass das Leben großartig und schön sein darf, wenn du vielleicht einmal deinen eigenen Observer spielst, also deinen eigenen Beobachter, um festzustellen, was zieht dir so ein bisschen die Energie weg und dir einen Impuls geben, dass du natürlich ein großartiges, tolles Leben führen darfst und auch sollst und dass das auch das Prinzip ist, für das du hier auf diesem Planeten bist, wenn du auf vier Bausteinen dieses großartige Leben aufbaust. Ich wünsche dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, dass du mit ganz viel Freude, mit ganz viel Liebe zu dir selbst, für diesen wunderbaren Körper und für dein Leben einfach mal ein klein bisschen, ja, Detektiv spielst und wie eine Drohne dein Leben beobachtest, damit auch du absolut mit ganz viel Lebenskraft dein Leben genießen kannst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du auch diesen Podcast bewertest, wenn du mir schreibst, mir vielleicht auch folgst, in den sozialen Medien, auf Instagram oder auch auf Facebook. Ich beantworte wirklich jede Frage, ist mir eine Herzensangelegenheit und würde mich auch sehr freuen, wenn du diesen Podcast weiter empfiehlst, denn meine große Leidenschaft ist es, Menschen aufzuklären, dass sie ein wunderschönes Leben führen können, wenn sie wieder bereit sind, ein paar Gesetzmäßigkeiten in ihren Alltag zu integrieren und dafür brenne ich und dafür liebe ich diesen Beruf und das ist auch das, das ich selbst seit vielen Jahren praktiziere. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Abend, tollen Tag, wo auch immer du bist. Ganz liebe Grüße, deine Kerstin. Sehr gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.